sie könne am abend nicht an dem schulfest zum abschluß der achten klasse teilnehmen dann brachte er meine geschwister bei angehörigen und freunden unter und fuhr zu uns nach cincinnati als meine mutter und ich auf dem dach des krankenhauses landeten stürmte ein team von fast 20 ärzten und pflegekräften auf den hubschrauberlandeplatz und beförderte mich umgehend in die unfallchirurgie zu diesem zeitpunkt war mein gehirn schon so stark angeschwollen dass ich immer wieder posttraumatische krampfanfälle erlebte meine knochenbrüche mussten behandelt werden aber meine verfassung ließ keine operation zu nach einem weiteren anfall dem dritten an jenem tag wurde ich ins künstliche koma versetzt und an ein beatmungsgerät angeschlossen meine eltern kannten dieses krankenhaus nur zu gut zehn jahre zuvor hatte meine schwester im erdgeschoss des gebäudes gelegen weil sie im alter von drei jahren an leukämie erkrankt war ich war damals fünf mein bruder gerade mal sechs monate alt nach zweieinhalb jahren chemotherapie lumbarpunktionen und knochenmarks biopsien durfte meine kleine schwester das krankenhaus schließlich glücklich gesund und krebsfrei verlassen und jetzt nach zehn jahren normalität fanden sich meine eltern mit einem anderen kind am gleichen ort wieder während ich ins koma fiel schickte das krankenhaus einen priester und einen sozialarbeiter zu meinen eltern derselbe priester hatte bereits ein jahrzehnt zuvor mit ihnen gesprochen an dem abend an dem sie von der krebsdiagnose meiner schwester erfahren hatten der tag wurde zur nacht und verschiedene maschinen hielten mich am leben meine eltern schliefen unruhig auf einer krankenhaus matratze kaum waren sie todmüde eingenickt ließ die sorge sie wieder aufschrecken meine mutter sollte mir später sagen das war eine der schlimmsten nächte meines lebens meine genesung zum glück hatte sich meine atmung am nächsten morgen so weit stabilisiert dass die ärzte es wagten mich wieder aus dem koma zu holen als ich schließlich das bewusstsein wiedererlangt hatte stellte ich fest dass ich nichts mehr riechen konnte um das zu überprüfen forderte mich eine krankenschwester auf ich solle mir die nase putzen und an einem apfelsaft karton schnuppern mein geruchssinn kehrte zurück doch zur allgemeinen überraschung drückte das naseputzen luft durch die frakturen in der augenhöhle so dass mein linkes auge hervorquoll der augapfel trat aus der höhle und wurde nur noch von dem augenlied und dem sehnerv der das auge mit dem gehirn verband notdürftig an ort und stelle gehalten der augenarzt war zuversichtlich dass das auge mit der zeit wieder an die richtige stelle rutschen würde wenn die luft entwich konnte jedoch nicht abschätzen wie lange das dauern würde operiert werden sollte ich erst in einer woche damit ich ein wenig zu kräften kommen konnte ich sah aus als hätte ich bei einem boxkampf den kürzeren gezogen durfte das krankenhaus aber vorerst verlassen mit gebrochener nase einem halben dutzend gesichtsfrakturen und einem hervorgequollenen linken auge kehrte ich nach hause zurück die nächsten monate waren eine schwere zeit es war als wäre mein ganzes leben zum stillstand gekommen wochenlang sah ich alles doppelt konnte im wahrsten sinne des wortes nicht gerade ausschauen erst nach über einem monat saß mein augapfel wieder ganz normal im schädel aufgrund der krampfanfälle und sehstörungen konnte ich acht monate lang nicht auto fahren in der physiotherapie musste ich grundlegende motorische fähigkeiten üben zum beispiel eine gerade linie entlang zu gehen obwohl ich mich von meiner verletzung auf keinen fall unterkriegen lassen wollte war ich nicht selten sehr niedergeschlagen und verzweifelt wie viel arbeit noch vor mir lag wurde mir schmerzlich bewusst als ich ein jahr später auf das baseballfeld zurückkehrte baseball war immer ein wichtiger teil meines lebens gewesen mein vater hatte in einem nachwuchsteam der st louis cardinals geld verdient und ich träumte davon ebenfalls profi baseball spieler zu werden nach monatelanger reha wollte ich vor allem endlich wieder zurück aufs spielfeld doch meine rückkehr zum baseball verlief alles andere als reibungslos als die neue saison begann wurde ich aus dem auswahlteam meines jahrgangs gestrichen und musste in die mannschaft der jüngeren wechseln ich spielte seit meinem vierten lebensjahr und hatte so viel zeit und mühe in den sport gesteckt dass ich diese herabstufung als große demütigung empfand an den tag an dem es geschah kann ich mich noch lebhaft erinnern ich saß weinend im auto und durchsuchte die radiosender verzweifelt nach einem song